Der Echte hat mal richtig auf die Fresse verdient. Theoretisch schon. Das ist eine richtige Abreibung. Gesichtsmontage. Alter, wir stellen das dann auf Facebook einfach. Wir machen ein Video und stellen es auf Facebook. Was geht dich denn das an? Ihr seid echt so blöd. Das ist gerade mein Plan. Das waren die Arschlöcher, Alter. Was? Wie redest du mit uns? Tut mir leid, Junge. Was? Was? Komm, wir gehen so eine Lischesche. Alles okay? Komm hoch. Pff, das habt ihr nun davon. Jetzt sind die alle großgehrig. Otswa, 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 Otswa. Du bist die Neue? Ja. Anna. Dominik. Jack. Das ist mein Bruder und ich bin Tessa. Okay, ich bin Jack. Warum hast du das gemacht? Was hab ich dir denn getan? Ja, du brauchst dich gar nicht zu wundern. Warum?